Kann ich im Jahr 2021 mit 60 eine Altersrente bekommen? Mein Name ist Peter Knöbbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich bin 1961 geboren, möchte mit Vollendung des 60. Lebensjahres im Jahr 2021 in eine Altersrente gehen oder diese beantragen. Geht das? So die Frage, die mich kürzlich auf RentenBescheid24.de erreichte. Nein und ja. Nein, es geht nicht, weil wir ja die klassischen Altersrenten haben, die Sie ja auch kennen. Unter anderem die Altersrente für langjährig Versicherte mit 35 Jahren Wartezeit, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 45 Jahren Wartezeit und die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. In dieser Konstellation ginge ein Renteneinstieg mit Vollendung des 60. Lebensjahres im Jahr 2021 nach der derzeitig geltenden Rechtslage auf keinen Fall. Ja, es ist trotzdem möglich für eine ganz spezielle Berufsgruppe, nämlich die Berufsgruppe der langjährig versicherten unter Tage tätigen Bergleute. Diese besondere Berufsgruppe kann nach einer Übergangsvorschrift im § 238 SGB VI tatsächlich im Jahr 2021 mit Vollendung des 60. Lebensjahres noch in Rente gehen, eine Altersrente beantragen, die als Vollrente bekommen und zwar abschlagsfrei. Unter welchen Voraussetzungen ist das möglich? Diese Bergleute müssen mindestens 25 Jahre unter Tage oder mit gleichgestellten Tätigkeiten beruflich tätig gewesen sein. Sie müssen im Jahr 2021 natürlich das 60. Lebensjahr vollenden. Und jetzt kommt das entscheidende Kriterium. Sie müssen Anpassungsgeld für arbeitslose Arbeitnehmer erhalten haben. Das Anpassungsgeld ist eine besondere Leistung für Mitarbeiter im Bergbau, die aufgrund von Grubenschließungen arbeitslos geworden sind. Wenn diese drei Voraussetzungen erfüllt sind, kann ein Bergmann tatsächlich im Jahr 2021 mit Vollendung des 60. Lebensjahres eine Altersvollrente beziehen und zwar ohne Abschlag. Das geht aber nur noch für Geburtsjahrgänge bis zum 31.12.1963. Näheres zum Thema Altersrente, Rentenbeginn, Rentenabschlag finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.